Willkommen beim Casinoverdiener.com Video Tutorial für Katana. Wir erklären dir heute wie du Katana online spielen und bei Star Games Geld einzahlen kannst. Von Casinoverdiener aus klickst du dich zuerst einmal weiter zu Star Games. Den Link dazu findest du unter dem Video. Bist du bei Star Games angekommen, kannst du dich dort ganz einfach registrieren. Frage zuerst deinen Spielernamen und deine E-Mail-Adresse in das Formular ein. Du musst jetzt noch ein Passwort wählen und den Sicherheitscode eingeben. Anschließend setzt du ein Häkchen bei den AGBs und klickst auf kostenlos spielen. Jetzt muss noch dein Spielerkonto aktiviert werden. Star Games hat dir dazu eine E-Mail geschickt und dir einen Aktivierungslink enthält. Klicke auf ihn, damit du loslegen kannst. So sieht die Seite von Star Games nach der Aktivierung aus. Klicke auf ein Spiel, damit du Katana kostenlos online spielen kannst. Klicke auf Konto aufladen, wenn du Katana gleich mit richtigem Geld nutzen willst. Nur so kannst du auch echte Gewinne machen. Klicke anschließend auf den Kopf mit der Aufschrift Jetzt einzahlen und trage dann den Einzahlungsbetrag ein. Der Bonus wird dir sofort auf deine Einzahlung angerechnet und im blauen Fenster angezeigt. Zahlst du bei Star Games 10 Euro ein, kannst du danach mit 20 Euro spielen. Wenn du den Bonus wieder auszahlen lassen willst, musst du ihn einfach so viele Spiele mit einem Mindestumsatz von einem Euro machen, wie du beim Bonus Euros bekommen hast. Die Überweisung des Geldes kannst du zum Beispiel mit Skrill von Moneybookers erledigen. Fülle das Formular aus, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast oder logge dich unten ein. Bestätige jetzt noch deine Einzahlung. Mit einer Einzahlung von 10 Euro kannst du durch den Bonus wie gesagt gleich mit 20 Euro anfangen. Im Casino-Bereich kannst du Katana online spielen. Klicke auf das Logo und das Spiel lädt dann direkt in deinem Browserfenster. Du bist jetzt in der Lobby und musst dir einen Automaten aussuchen. Wähle dann dein Limit und klicke auf Einzahlen. Unten kannst du deinen Einsatz pro Runde festlegen und dann auf Start klicken, damit die Walzen rollen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Katana bei Star Games. Bis zum nächsten Mal.